Die Zeit ist etwas, was du nur auf deiner Uhr ablässt. Nein, sie ist vielmehr. Mächtiger, fantastischer, göttlicher. Und vielleicht auch beeinflussbar. Stell dir vor, du könntest Dinge tun, von denen du bislang nur geträumt hast. Du hast die Macht. Alles liegt in deinen Händen. Nur du kannst die Geschichte ändern. Nutze die Zeit. Zurück zum Start. Zurück zur Stunde Null. Operation Zeitstoff. 1944. Ein Wahnsinniger ist im Besitz der gefährlichsten Waffe. Und es ist keine Atombombe. Einer der genialsten Forscher unserer Zeit wird in Österreich von der SS verhaftet. Die sind verhaftet. Und es ist nicht Albert Einstein. Das Schicksal der Welt hängt nicht mehr von Naturgesetzen ab, sondern von der Zeit. Die Gegenwart. Irgendwo, tief unter der Erde, liegt unzugänglich ein Labor verschüttet. Drei Forscher der Neuzeit machen sich auf den Weg in eine Odyssee. Die Geschichte wiederholt sich und liegt nun in ihren Händen. Zwischen Technik und Verstand. Zwischen Wahnsinn und Genialität. Mit dem Strom der Zeit beginnt eine Hetzjagd in die Vergangenheit. Und zurück zur Stunde Null. Atemlos. Majestätisch. Zeitlos. Operation Zeitsturm. Der neue Film von und mit Welle Erdball. Kevin Groß, Horan Tölzel in Zusammenarbeit mit Konsequenfilm und TMF. Operation Zeitsturm. Alle Kinotermine unter www.welle-erdball.de slash Zeitsturm. Auf DVD erhältlich bei Synthetic Sinfonie SPV. Inklusive der Filmmusik als neues Album von Welle Erdball. Operation Zeitsturm. Jetzt. Im Kino. Im Kino.